Transparenz Wir haben tatsächlich viele Menschen, was schon passiert, die immer so gehört haben, das ist ein Denkmal, und da sind sie jetzt dabei, also ich weiß, ich habe sowas, ich folge einem Account auf Instagram, das ist ein Italiener, der macht auch so Geschichten, ich finde das richtig gut. Da ist sie, die Frau des Tages, the woman of the day, da läuft sie. Oh, das war geil, ey, das war geil, die hat wirklich mein Skateboard gerettet, die hat auch so einen richtigen so drauf zu, sofort so, und es wäre wirklich da durchgerollt, aber ich bin stecken geblieben. Und jetzt habe ich ihr erzählt, von einem Award und YouTube-Kanal, ich hoffe sie findet das. Alter, jetzt sind meine Beine aber auch schlapp, jetzt nach den Treppen merke ich das. Alter, jetzt sind die CAT gefördert ich weiß, dik Untertitelung des ZDF, 2020